Heute geht es um die besten Powerbanks von Anker. Der Hersteller Anker ist dafür bekannt, sehr leistungsstarke und hochqualitative Powerbanks herzustellen. Drei der besten Modelle von Anker möchten wir euch in diesem Video vorstellen, sodass ihr die perfekte Powerbank für eure Ansprüche finden könnt. Viel Spaß nun also bei diesem Informationsvideo. Für weitere Infos zu den Powerbanks oder um eines der Modelle zu bestellen, könnt ihr auch gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir alle drei Geräte verlinkt. Starten wir das Video nun aber mit der ersten und auch günstigsten Powerbank im Vergleich. Dementsprechend handelt es sich bei der Anker Powercore 3 auch um die mit der geringsten Kapazität. 10.000 mAh kann sie bieten, was genügend Kapazität ist, um die meisten modernen Smartphones mindestens einmal voll aufzuladen. Das Besondere ist, dass sie einen 18 Watt USB-C Anschluss hat, welcher für eine sehr schnelle Aufladung sorgt. So können Handys, Laptops, Tablets oder andere Geräte im Nu aufgeladen werden. Auch eine Wireless Charging Funktion ist bei der Powercore 3 möglich. Dafür legt man ein Gerät mit Wireless Charging Funktion einfach auf die Oberseite der Powerbank. Mit maximal 10 Watt kann diese das Handy dann laden. Die Powercore 3 bietet zudem eine praktische Smartphone Halterung, ein USB-C Port sowie auch einen USB-A Eingang. In Kombination mit dem kabellosen Ladepad kann man hier also bis zu drei Geräte gleichzeitig laden. Die Powercore 3 ist eine leistungsstarke Powerbank mit vielen Funktionen und einfach den wichtigsten Dingen, die man von einer Powerbank erwartet. Es ist das Einsteiger-Modell im Vergleich, sowohl was die Kapazität als auch den Preis angeht. Mehr Infos zu Powercore 3 über den ersten Link in der Videobeschreibung. Bleibt aber auch gern dran, denn als nächstes möchten wir euch noch zwei wesentlich leistungsstärkere Powerbanks von Anker vorstellen. Als nächstes die Powercore 26K, das Modell 337. Wie der Name vermuten lässt, hat diese Powerbank eine Kapazität von 26.800 mAh. Damit ist diese Powerbank das Modell mit der höchsten Kapazität in diesem Vergleich. Aber bei der Kapazität hören die Vorteile der Powerbank noch nicht auf. Überzeugen kann sie auch durch viele Anschlüsse, zu denen drei USB-Ladeports sowie zwei Micro-USB-Ports gehören. Zudem überzeugt das Modell durch seine Schnellladefunktion. Das Modell ist innerhalb von nur sechs Stunden komplett aufgeladen und kann dann bis zu drei Geräte gleichzeitig mit einer sehr schnellen Ausgabe laden. Die 30 Watt, die das Modell maximal ausgeben kann, sorgt dafür, dass entweder ein Gerät super schnell geladen wird oder dass mehrere Geräte mit einer konstanten Leistung gleichzeitig mit Strom versorgt werden können. Uns fehlt bei der Powercore 26K vor allem das kontaktlose Laden. Abgesehen von dieser Funktion überzeugt uns die Anker 337 auf ganzer Ebene, allen voran durch ihre kolossale Kapazität von 26.800 mAh. Wenn ihr genauso überzeugt seid oder euch noch etwas weiter informieren wollt, könnt ihr das gerne über den zweiten Link in der Videobeschreibung tun. Also viel Spaß beim Recherchieren, bleibt aber auch gerne noch kurz dran für das dritte Modell. Als letztes möchten wir euch die Anker Powercore 24K das Modell 737 vorstellen. Mit 24.000 mAh hat sie eine geringere Gesamtkapazität als die zuletzt vorgestellte Anker Powerbank. Dafür kann das Modell durch viele andere Dinge überzeugen. Allen voran ist hier die hohe Ausgangsleistung von 140 Watt. Mit 140 Watt wird sie sowohl sehr schnell aufgeladen, sie kann aber auch genau mit der gleichen Leistung andere Geräte mega schnell mit Strom versorgen. Dabei lassen sich hier bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen, wobei man auch zwei USB-C und einen normalen USB-Anschluss hat. Besonderes Highlight dieser Powerbank ist auf jeden Fall sein Display. Über dieses wird der aktuell verbleibende Akkustand sowie auch die aktuelle Ausgangs- und Eingangsspannung angezeigt. Mit dem Akkustand hat man hier sogar eine gute Animation, sodass man nicht nur in Zahlen, sondern auch mit einem Farbring erkennen kann, wie voll der Akku noch ist. Auch wird hier eine Zeitangabe gemacht, sodass man ungefähr abschätzen kann, wann die Powerbank wieder geladen werden muss. Wie gesagt, kann man hier auch jederzeit die Ausgangsspannungen von allen drei Anschlüssen über dieses Display überwachen. Da hören die Vorteile dieser Powerbank aber noch nicht auf. Überzeugen kann sie vor allem durch seine kompakte Größe. Sie ist nur 15,5 cm lang und kann damit noch in jede Tasche hineinpassen. Durch die Active Shield 2.0, durch die die Ladetemperatur in Echtzeit gemessen wird, kann man sich auch sicher sein, dass die Powerbank hier nicht überhitzt. Auch gibt es einen verbauten Ladeschutz, welcher das Aufladen nach 24 Stunden automatisch abbricht, um den Akku nicht zu überfordern. Die Anker PowerCore 24K überzeugt vor allem durch eine hohe Kapazität, ihre extrem schnelle Aufladung und die Überwachung durch das Smart Display. Deshalb ist sie unserer Meinung nach zu Recht die verdiente Premium Powerbank und mit keinen anderen Modellen, weder von Anker noch von anderen Herstellern zu vergleichen. Wenn ihr euch selbst jetzt nun noch ein genaueres Bild dieser Powerbank machen wollt, könnt ihr gerne über den dritten Link in der Videobeschreibung alles zum Modell erfahren. Viel Spaß nun also bei der Recherche. Für welche Powerbank habt ihr euch letztendlich entschieden? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare und lasst es uns auch wissen, falls wir ein starkes Modell hier vielleicht vergessen haben. Vielen Dank dafür und damit viel Spaß mit eurer neuen Powerbank.